Hey, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Heute, heute, heute kümmere ich mich um deine Haut. Und ich hoffe, dass du eine ganz, ganz entspannte Zeit dabei haben wirst. Vorab erstmal, das sind Produkte, die ich für meine Haut in letzter Zeit benutzt habe. Also, das Video soll wirklich nur zur Entspannung dienen. Und ja, vielleicht kann ich ja dem ein oder anderen mit diesen Pflegeprodukten besonders gegen problematische Haut helfen. Allerdings, ich bin keine Spezialistin. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist wirklich nur, was ich persönlich für meine Haut benutze. Okay, beginnen wir jetzt mit der Reinigung deiner Haut. Und dazu benutze ich ein paar, ähnlich ein paar, ein wiederverwettbares Bett. Ich hoffe übrigens, dass dir dieses natürliche Licht heute gefällt. Ich mag es sehr gerne. So, du kannst entscheiden, soll ich für deine Haut ein türkises oder ein weißes Pad benutzen. Macht eigentlich keinen Unterschied. Das hier. Okay. Das ist wirklich super, super weich. Und super sanfte zur Haut. Ich nehme mir mein Micellenwasser und reinige, wie gesagt, deine Haut vor Schmutz. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir mit weiteren Pflegeprodukten arbeiten. Aber auch generell. Und während wirksam Make-up reinigen, schonen und mattieren. Genau. Und jetzt einmal bitte die Augen zu. Du merkst, es ist wirklich ganz, ganz angenehm. auf der Haut, weil es natürlich super weich ist. Okay. So. Gut. Als nächstes möchte ich dir eine ganz, ganz besondere Maske auftragen. Das ist diese hier. Wie du vielleicht erkennen kannst. Sie ist rot. Gut. Und sie ist von der Marke The Ordinary. Genauso wie mehrere Produkte, die ich gleich bei dir anwenden werde. Und das ist ein Peeling Solution. Zehn Minuten Exfoliating Facial. Das heißt, wir werden diese Maske bei dir für zehn Minuten auftragen. Nicht länger. Und sie hat einen, ja, relativ hohen Säuregehalt. Und ich könnte dir gleich nochmal genau sagen, was diese Maske mit deiner Haut machen wird. Also, diese Maske sorgt für einen helleren und klaren Tor. Sie bekämpft sichtbar Schönheitsfehler und reduziert bei vollsetzender wöchentlicher Anwendung Buchenansammlungen und feine Linien. Und sie sieht wirklich cool aus. Und ichforder insightful aus. Das ist eine Malgröße. Genau, die werde ich jetzt bei dir auftragen und, okay, falls du, Achtung, falls du jetzt ein leichtes Brennen gleich auf deiner Haut empfinden solltest, das ist normal, sag mir einfach nur Bescheid, falls es ein bisschen zu toll wird und falls du es nicht mehr aushalten kannst, denn dann reagiert deine Haut auf die Maske, ja, ein bisschen empfindlich und dann können wir sie ganz einfach ein bisschen früher schon abwaschen, okay, so, ich verteile sie dir einmal noch schön hier so, genau, wie gesagt, falls es leicht brennen sollte oder ein bisschen mehr, sag einfach Bescheid, okay, wir lassen sie jetzt, wie gesagt, zehn Minuten einwirken und dann werde ich sie bei dir abnehmen, okay, zehn Minuten sind um, ich glaube, das hast du ganz gut überstanden, hat auch nicht so doll gebrannt, oder? Okay, so, wir nehmen die jetzt, wie gesagt, schön ab und dann geht es weiter mit, ja, ein paar anderen Pflegeprodukten, okay. So, wie fühlt sich deine Haut jetzt lang, kannst du das beschreiben, rückel dich so ein bisschen, ja, genau, das hat die Maske so in sich und die folgenden Produkte übrigens auch, die haben alle einen gewissen und säuregehalt, damit die Haut einfach schön, ja, ebenmäßig wird und Pickel reduziert werden, deswegen, weil es ein bisschen kribbeln sollte, ist das völlig normal. Okay, so, als nächstes trage ich bei dir auf, ähm, dieses Tonic Water, Tonic Water von Ren, für einen Ready Steady Glow, das ist ein tägliches Tonic Water, das heißt, das wird dein Gesicht, ähm, vor der Anwendung anderer Seren schön, 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 schön sauber machen. Dieser Toner hat Peeling Eigenschaften für einen strahlenden Ton, er trägt zur Erneuerung der Hautoberfläche bei und ist dabei schonend genug für die tägliche Anwendung, Stimuliert die Haut für einen natürlichen Peeling-Effekt, Milchsäure und beiden Rinder helfen die Haut zu glätten, zu tonisieren und die Größe der Ohren zu reduzieren. Er spendet natürlich auch Feuchtigkeit und, ja, wie soll ich sagen, repariert deine Haut ein bisschen. Das heißt, wenn du zum Beispiel gewisse, ja, Flecken auf der Haut hast, äh, sei es von Pickel oder, ja, von der Sonne vielleicht, werden sie hiermit so gut es geht ausgeglichen. Okay. 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 So, Augen einmal Shinsu. Und ... Und ... dass sich deine Haut danach wirklich schön frisch anfühlt und ein bisschen Freutigkeit bekommt. Okay. So, als nächstes machen wir weiter mit, ja, noch mehr Feuchtigkeit, weil wir haben da auch natürlich jetzt durch die Maske ziemlich viel an, ja, eigene Öle weggenommen. Deswegen trage ich bei dir dieses Produkt hier auf. Das ist auch von The Ordinary und das ist ein Hyaluronic Acid 2% plus B5. Wie der Name schon sagt, das ist Hyaluron mit Säure. Ja, verpackt. Und plus B5. Dieses Serum hat einen gewissen Plumping, Plumping-Effekt. Ohne der Haut im Wasser zu entziehen, dieses hochreine Serum kombiniert zwei Arten von Hyaluronsäure in drei verschiedenen Molekulargrößen mit Vitamin B5, um eine dauerhafte Hydration und ein sichtbares Aufpolstern der Haut auf allen Ebenen, ja, der Haut zu gewährleisten. Das heißt, auch da wird sich deine Haut bei dir bedanken, wenn du dieses Hyaluron, ja, Serum benutzt in Kombination mit den anderen Produkten. Und da natürlich, ja, der Serum der Haut wieder ein bisschen Regeneration bietet. Und das kann sie natürlich super gut gebrauchen. Okay. 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 Ich werde das jetzt schön in deine Haut einmassieren, genau damit die Haut sich jetzt ein bisschen entspannen kann und nicht mehr ganz so doll zieht und so straff ist. Und wie viel zieht das für dich an? Merkst du den Unterschied? Ja? Okay, okay, okay. So, wir machen weiter. Mit einem weiteren Serum wird eine wundervolle Haut, auch wieder von The Ordinary. Also ich glaube, alle Produkte, die ich heute benutze, sind entweder von The Ordinary oder von REN. Dieses Produkt heißt Niacinamide 10% und Zink 1%. Und das hier ist jetzt besonders wirksam für Pickel. Für Pickel, Pickel, Pickel. Und deswegen trage ich das jetzt bei dir nur da auf, wo du ein bisschen Unreinheiten hast. Was ist das, was ist das? Kannst du wirklich morgens und abends auf deinem Gesicht auftragen und es ist immer sehr wichtig, dass du das bevor es vor deiner Creme aufträgst, wenn du nachher noch eine Feuchtigkeitspflege aufträgst, das Serum immer schön davor. Okay, und hier hast du auch noch ganz, ganz kleine, ganz kleine und Reinheiten. So, das topfe ich dann bei dir einmal ein, damit ich das nicht auf die komplette Haut verteile. Okay, so, wir sind fast schon am Ende angelangt. Und zum Schluss trage ich dir noch eine Wake Wonderful Night Time Facial. Ja, sozusagen eine Maske auf. Und das hier dehnt dazu, dass sich deine Haut danach, also am nächsten Morgen so anfühlt, als hättest du am Tag davor, ja, so eine kleine Reinigung gehabt, dein Facial. Sie wird deine Haut so gut es geht beruhigen und regenerieren, sodass sie am nächsten Morgen, ja, superschön, gepflegt ist und sich einfach frisch anfühlt. Genau. Allerdings sollte man es wirklich mal zwei- bis dreimal die Woche auftragen, weil das Produkt auch Säure enthält. Und, genau, es ist nicht gut, wenn man wirklich jeden Tag, ähm, so viel Säure auf seinem Gesicht aufträgt. Und das ist gut. So. So. Okay. Wenn du nach dieser Creme noch das Gefühl hast, dass du noch mehr Feudigkeit über die Nacht brauchst, dann kannst du gerne noch eine Hautcreme auftragen. Und manchmal braucht unsere Haut ein bisschen mehr Pflege, vor allem wenn wir sie mit so welchen, ja, ungewöhnlichen, also zumindest für die Haut nicht gewohnte Produkte, ähm, ja, wie heißt das? Treaten. Naja, du verstehst, was ich meine? So. Gut. Damit wir das alles dann nochmal schön verteilen, benutze ich dieses Gummischwimmchen. Und wenn du nochs. Und wenn du an dieses Gummischwimmchen hast nicht, wie geht es sich nach einzidämen. So. Was ist meine Tôi. So, dann darfst du dich jetzt gerne ins Bett legen. Und wenn du morgen aufwachst, wird sich deine Haut bei dir hoffentlich bedanken. Und sie wird sich bestimmt schon nach dem ersten Mal viel, viel besser anfühlen und ja, viel besser aussehen. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht und ja, süße Träume.